hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde hier zu einem weiteren teil transport fieber season 5 so wir sind jetzt hierhin wo sind wir überhaupt in world pool jetzt wird's lustig lustig wie das jetzt bauen soll einzige chance ist beim pausen modus gehen hier nach unten zu nehmen dann brücke kommen drücke nach oben reißen unsere maximalen pfeiler auswählen und gucken irgendwie rauskommen kommen wir nicht hoch genug das ist alles müssen wir hier mal ein bisschen ach die stadt die wird sich hier schon weiter das wird ruck zu gehen meine freunde der leichten und zeichnen unterhaltung aber gehen wir nach hier so das wird sich gleich schon alles wieder regenerieren jetzt wird's lustig jetzt müssen wir hier in vielleicht hier an der seite funktionieren und jetzt eigentlich so schnell laufen kein curve möchte den gerne hier oder auf die innenseite das könnte vielleicht auch klappen durch nicht klappt das nirgends so etwas sagen die einzige möglichkeit ist hier wenn wir hier alles abreißen die herrliche runter holen hier geht's hin ist nur da oben wo wir das jetzt klappt es geht sogar ich fressen besen krasser scheiß das wird gut hier hinten das wird gut hier hinten so jetzt nur noch gucken dass wir hier wieder rüber kommen und das wird jetzt schwierig so geht's aber ihr wollt ihr in zukunft ich möchte jetzt hier ganz gerne eigentlich so schon passend dran vorbei in zukunft wollt ihr hier ja sondern da ja 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 zack mal gucken hier hinten werden wir nicht viel sein das heißt ausnahmsweise ich schätze mich ja doch dann irgendwann so jetzt nicht so jetzt auch nicht das ist immer hier mehr rüber weil hier wenn wir das vielleicht mal angleichen dann könnte es vielleicht klappen vielleicht vielleicht klappt es das kann vor sein dass ich diesen hügel hinnehme ist für mich okay war nur ausnahmsweise wollte ich hier hinten nicht so oft bin wenn die straße die strecke gebaut ist bin ich wahrscheinlich nie wieder so aber hier zu fahren gleich das wird lustig bevor ich mich laut müssen kommen das war ja das ist jetzt halt so und das wird jetzt auch so bleiben so dürfte es jetzt noch mal schwierig werden oh ja oh ja hier wird jetzt noch mal schwierig einzige chance ist glaube ich hier außen am berg er geht dahin er hätte natürlich jetzt nicht zweigleisig sein müssen einer reicht kommen in den zweiten straßen schluss sind es geht nicht so und zack und bei der koninion das auch und bei der kollision mein gott müssen wir hier die straße gleich bauen die halt eine etwas lustigere kurve machen so mal gucken wo wir uns jetzt trennen hier hast reichte eigentlich und so nur sieht das mit der straße da drunter herkommen weil sonst ja und die hebel alle rum das war ein träumchen perfekt so haben unsere strecke doch hier durch die berge durch gekriegt das hätte ich jetzt ja auf den ersten anblick nicht gedacht so dann können wir jetzt erst mal ein paar signale hinsetzen zack zack so man freunde klatscht das jetzt immer schnell hin weil wir haben auf jeden fall 72 millionen das könnte ich lasse die zeit mal weiterlaufen ich brauche glaube ich ein bisschen mehr geld da müssen wir die ganze kacke auch wieder mit bussen versehen wir werden jetzt versuchen von anfang an gleich große züge hier rauf zu setzen zack zack so so und dann noch einen entsignal hier perfekt so die stadt kann ich mir auf jeden fall beim besten will nicht merken haben wir jetzt hier eigentlich alles so nur sichtbar bitte das wird auf jeden fall eine regio und wir sind regio 3 regio 1 haben wir regio 32 vetter unten weil wir das regio 3 nein nicht die r e 3 london auf safe und jetzt muss ich mir die stadt herrn gucken aber aber ist gewidt der name so wir haben wir noch kein bot nehmen wir jetzt hier so genau nimm mal du gleich 10 dann fliegen wir die strecke jetzt mal ab hier so 240 meter haben wir zur verfügung ganz schön viel man aber gucken was wir da letztendlich dafür eine ein zug rauf bekommen so und war der auch angefahren perfekt so das machen wir nämlich jetzt nur zehn minuten vor allem erst bei zehn minuten also ganz in ruhe ist man zug zusammen basteln ja wie werde ich alle von den hinten starten ich werde die nicht dazwischen irgendwo machen ich werde die dann gleich von hinten losballern ich hätte eigentlich eine einfache idee den wir nehmen können müssen wir dann mal gucken eine einfache idee entschuldigung ich werde langsam so ein bisschen müde wir haben jetzt schon 22.40 Uhr die folge nämlich am fünften siebten 2018 so ich bin nur um produzieren weil ich versuche so viel zu produzieren wie es nur irgendwie geht für auch du heilige scheiße maria josef gottes was geht denn hier ab ich glaube wir alle ziemlich gleich die güter gut da lass sie mal hier einfach volle kann weiterarbeiten das ist mir eigentlich egal das passt schon ach du scheiße ja gut egal so wir wollten jetzt hier warum habe ich das jetzt an die wieder angebracht machen wir das besser so 124 millionen das ist ja eine menge holz ich würde ganz gerne ich würde wirklich ganz gerne einfach nehmen und der es ist der lufthansa express er kann aber immerhin 40 leute transportieren und um auf 240 meter zu kommen ok jetzt kommt die lok noch dazu kann er 320 leute transportieren ich weiß es ist der lufthansa airport express aber er wird ja quasi zum london hieß so das ist die eine möglichkeit aber die ganzen schweiß wieder verkaufen genau so so haben wir hier noch diesen zu alt alles murks 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 22 die hier die kann diesen zu klein alles eigentlich viel zu winzig den hier haben wir auch noch nie genommen wir speichern wir noch mal bevor wir den nehmen jub jub jetzt den nehmen auch wenn der zimmer ein bisschen weniger transportieren kann aber das sieht natürlich optisch ziemlich cool aus eigentlich so jetzt kommt noch die lok dazu dann passt das da sind wir jetzt bei wieviel leuten 210 210 finde ich schon gar nicht mehr so schlecht und irgendwie dies design haben wir noch nie gehabt ich weiß es ist kein deutscher zug wird fast sagen dass ein französischer mit den ganzen komischen ist da achja zudem tschuldigung 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 tschuld ist da der herrn der möglichkeit hier haben wir die ganzen doppelstock kam ihr seht da das ist der überarbeitete 49 kann er er kann 19 wissen das hier zu wenig also wir müssen schon jetzt machen wir zehn ist auch nicht die welt wie viele züge draufsetzen er kann 22 wurde hatte lufthanser eckpass express aber der ist schon 1981 das ist halt gehe von welchem jahr sind wir jetzt haben 2003 thema entschieden wir nehmen die elektrisch was für eine funky locken wir denn mal davor funky funky die porsche die schnell fährten der wird überhaupt 200 schicke porsche davor hängen du ankei fahren gehen wenn wir noch so anfangen funky zeug irgendwas schnelles die sonne funky funky hier bitte auch verpassen das ist alles nicht funky funky genug hier die ist so langsam wir werden hier die funky funky immer die auch guck mal das ist auch funky funky oder du weißt es passt zwar alles so richtig zusammen aber ist ja ja juli porsche wir bleiben bei der das ist der porsche sieht mehr so güter mäßig aus wir brauchen meine davon 35 millionen fünf züge fünf züge klingt gut da ist ja auch ganz schön lang ja fünf züge ist gut so jetzt müssen wir mal gucken wie wir das jetzt aufteilen sound wahrscheinlich nach dem spiel start hat die wahrscheinlich auch sound da guck mal das passt ja die so weit über hängt tut sie nicht ich werde ganz witzig aus 210 leute die muss erstmal zusammenkriegen und das mal 5 aber bei 1050 leute die wir hier die weltgeschichte konzieren können mal mal gucken wie das jetzt hier so passt 5 die fast sagen wenn er da in den tunnel fährt geht der nächste auf der strecke ein plätze nichts mit in aus dem tunnel rauskommt fährt der nächste los wenn wir da reingeht den tunnel muss jetzt noch den rausfahren so müssen ja immer nur waren bis der nächste wieder hier ist er zieht abstand war zu groß aber zu groß warte mal ein bisschen der abstand war zu groß weil er brauchen wir ganz schön lange bis er da raus fährt jetzt kannst du weiterfahren wenn der andere hier anfährt ja genau in der hier anfährt dann geht der nächste los so passt ja nur noch kein sound das ist ein bisschen doof da fahren wir dann gleich mal mit beim letzten bis jetzt über 18 minuten schon wieder den letzten fahrer mit bisschen tun dann fangen wir nur den anfang das ist ja nicht ganz so interessant so zeitläuft volle pulle hoffe ich auf zeitläuft volle pulle das war einfach nur ab und dann haben wir die zugleich darauf ich will mich nicht noch wünschen wenn wir in die züge sie auch noch automatisch auf abstand halten ungefähr den gleichen abstand wo jetzt hat man leichten zugmotoren sound die tür klappen auch schön auf doch wenn wir gleich den nächsten los schicken mal gucken wo der andere jetzt ist der erste zurück oh ja da kommt schon wieder zurück perfekt dann könnte das gerade so aufgehen also entweder wenn der andere zu geziel ist oder der andere jahren kommt dann muss der los geschickt werden da sehen wir jetzt schneller ist wir sind natürlich jetzt nicht ein paar meter zu lang egal in london passt da rein von daher ist alles gut und wenn wir auf die zeit wieder da kommt da perfekt so dann fangen wir mit ich verabschiede mich und wir sehen uns dann in ein paar tagen wieder bis dahin noch drei mal liebe freunde ich mache die musik mal ein bisschen leiser das glaube ich ganz schön laut so viel spaß so und ich ich Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So meine Freunde, das war's Autosafing. Das war's Autosafing.